Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Team Fortress 2 mit mir, ToivoLP. Mit dabei habe ich den BRDZLP und den TheShockLP. Ja, der gerade einen Kill gemacht hat. Und dann habe ich sogar noch den MaviLP, der aber nicht mit im Spiel ist. Marrrrrr! Ne, leider nicht. Äh, bin noch am Steam am Downloaden hier und dann Team Fortress. Ich hoffe, das funktioniert endlich mal. Hey, sind wir blau oder rot? Ey, warte mal, wir sind gelobt bei den falschen Dingen, oder? Ach, der Mario hatte Glück, sein Mikrofon ist gerade ausgefallen. Wessen? Wo ist denn? Meins. Ach, da eins? Hm, krass. Ich bin voll runtergefallen und so. Ähm, wir müssen die Roten übernehmen. Glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Alter, Downloade schnell, du fuckteil. Toivo? Alter, rotes ehemalig. Oh, das ist voll gekrattet. Okay. Unable to start, Exo, Mama. Ich dachte, wir sind in einem Team. Ach, Toivo ist doch. Ich weiß nicht, wo der rumrammelt. Ich bin in deinem Team blau, ne? Ja. Ich seh, ach, da hinten. Du musst die roten Punkte übernehmen. Auf damit. Heavy, ich halte mich an Heavy da hinten. Hinter dir. Vorsicht. Ne, ich geh hinter mir. Ne, BRDZ ist da nur, keine Angst. Snipe, ohne zu sterben. Das ist Heavy. Ja. Wie der mich kritet, kann man sich irgendwie durchhalten? Ja, man kann nur kritten. Zurück. Das für ein komischer Server. Bin tot. Bin fast tot. Bin auch fast tot. Bin tot. Hinter dir. Ja, wir sind alle tot. Pass auf, dass die Trickfreund nicht zurückerobern. Komm. Ich geh als Medic rein. Heil euch. Alarm, Angriff auf den Kontrollpunkt. Du kannst mich dann mal hier überladen, wenn du willst. Heavy, überladen? Einfach mich die ganze Zeit heilen. Was heißt denn überladen? Vielen Dank. Ne, du musst mich heilen, bitte. Ach, machst du schon. Cool. Was soll das? Was heißt das mit Überladung? Dann bin ich so einen kurzen Moment lang unverwunstbar. Brauchst jetzt so würdest du teilen. Mhm, Überladung 67,8. Ey, kannst du mich mal ganz kurz heilen? Ja, mach das mal, komm. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Hart. Okay, gut. Und jetzt übernimm mit mir. Komm, übernimm mit mir. Sorgt dafür, dass wir hier nicht zu nah rankommen. Ich bin gleich auf 94, 95, 97. Vorsicht, da hättest du dich. Okay, hab ihn. Ja, und ihr kriegt den Kill, weißt du? Ich bin auf 100% jetzt. Bin ja auch cool. Okay, nächsten Punkt, komm. Ah, ich hab ihn. Nice. Ne, was ist das denn für ein Zeichen da oben? Vorsicht, links. Ich kann mich nicht selber heilen, oder? Nein, du regenerierst über Leben. Hey, du hast den gekriegt, wie unfair. Haha, so war er gerade bei mir auch. Ich schieß den an, du killst ihn. Und du kriegst ihn. Äh, hier müsst ihr in der Mitte den irgendwo übernehmen. Nein, hier oben. Hier oben. Beide lebt noch. Da ist einer, da ist einer. Vorsicht. Alarm, Eroberung. Oh, das wird in die ein. Keine Ahnung. Ihr müsst, ihr müsst unsere mal verteidigen, ja? Bitte. Die nehmen den ein. Die nehmen den ein. Ja, ich hab doch. Der hat toll, wo schießt auf mich. Scheiße, bin tot. Sorge mal dafür, dass die den nicht mehr übernehmen. Ach, die übernehmen den schon nicht mehr. Okay, lass den hier schnell übernehmen. Aber wenn wir den übernommen haben, ist der andere automatisch gesichert. Ja. Ja, ist okay, Mark. Pass auf, dass die den nicht mehr übernehmen. Wir sind aber schneller. Oh, no scope. Oh, zwei kills. Alter, Raelixxow voll hier wieder am hacken. Mal wieder. Was? Ich hab nur auf die geschossen. Hier in Battlefield Level 1 und so. Ja, Raelixxow schießt ihn an. Ich spring hoch und schießt ihn da hinten ab. Okay, dann zum nächsten, oder? Jo, wenn du mir sagst, welcher. LoL, da unten. What the? Seid ihr? Seid ihr auf dem Ding? Ich hab ihn gekritzt, also man kritisiert ja alles. LoL. Ich froh, der hat dir direkt Treffer damit gegeben. Ich hab'n. Jo, komm Installation Händler. Wo seid ihr? Wenn wir Glück haben, sehen wir gleich noch den Mavi hier mit spielen. Scheiße, ich hab einen Schuss, der muss sitzen. Nein. Oh, ich bin zu dem, ich brauche Ewigkeiten. Ich bin Mark, ich hab gleich das Internet. Nein. Oh, ich bin teurer, schmissen, muss wieder meckern. Äh, ich bin teurer, ich muss wieder provozieren. Alter, ich bin fast tot. Und meckern. Totst du. Ne, du meckerst, weil das so schlecht ist. Scheiße. Ja, ich bin tot. Ich bin teurer, ich muss recht haben. Ich bin teurer, ich muss zwei Frauen, die da strecken. Ich bin fast, äh, nee. Scheiße. Ich denke immer noch, dass das der... Leute, sorgt mal dafür, dass unser Punkt nicht übernommen wird da oben. Ja, ich geh gerade nach oben. Töte sie. Ich komme. Oh nein. Hä? Geht nicht so einfach. Ist Trollwurst schon bei dem... Ah! Ja, aber meck ich dir. Hab ihn. Okay, der nimmt sich mal einen, ich hab den verscheuert. Okay, das ist schön. Ich nehm auch einen. Ich weiß, wie lange dauert das. Ach, das war ja nicht so. Yo, ich komm gleich zu euch, wenn ich mal ein bisschen schneller laufen würde. Boah, ist der langsam. Alter. Ja, ich weiß, meine Waffe ist schwer und so weiter und so fort, aber ich bin trotzdem langsam. LOL, Alter. Ey. Downloade mit einem Megabyte, Tick-Gunde. Geht doch. Die nehmen einen, die nehmen einen, voll gut. Ja, ich versuch das schon, ich versuch das schon, die abzuknallen. Helf mir nochmal hier ein bisschen. Ich kann mich als einziger hier angreifen. Wobei ich Vollbogen gerade Fortschritt bekommen habe. Ja, ja, ich renne mal von hinten, ich bin gerade verkleidet als Gegner. Das ist gut. Und jetzt gleich hab ich ihn. Oh Gott. Geh, nehm ich jetzt Batsch, mach. Nice. Achtung. Heil mich, heil mich, heil mich, heil mich. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine Muni mehr. Da lag gerade mitten in der Welt ein Medikit, aber okay. Hab keine Muni mehr. Äh, und vor allem, ich bin fast tot. Ich bin fast tot, Leute. Ich auch. Ach komm, ich geh wieder als Medik rein. Wär ganz nett, ja. Weil ich regenerier hier auch nix. Boah, ich hol sie mir alle mit meiner Piste. Oh ja. Oh, doch nicht. Oh, doch nicht. So. Ich komme. Das kann ohne so lustig sein. Ja, ne, ging nicht. Lebt ihr wieder? Oder seid ihr? Ich bin tot. 18,53. Boah, pass mal auf. Junge, die nehmen zu viert unseren Punkt ein. Wie geht das? Die sind doch nur drei. Da steht aber zu viert. Zu zweit, zu viert. Keine Ahnung. Alter, wie die treffen. Das ist eiskalt. Ich bräuchte mal einen Sniper da. Du weißt schon, dass alle Waffen über die ganze Karte gehen. Ja, ja, ja. Aber mit einem Sniper habe ich dann besser als wir. Alter, ich kann mich nicht selber heilen. Das ist das Problem. Du regenerierst ja. Ja, aber ziemlich lahm. Ja, ja, klar. Ich bin tot. Alter, der Heavy hält trotzdem noch voll viel aus. Ah, endlich. Pass mal auf, dass ihr C überhaltet, ja? Boah, scheiße, die nehmen richtig einen. Ne, du, mit Medic kann ich nicht so. Oh, mein nächstes wieder mit Zoll hier. Sorg dir mal dafür, dass die C nicht mehr übernehmen, also die Mitte. Also den des Haus da gespoilt, oder? Ja, ja, klar. Schnell. Ich bin lahm. Ja, geh mal aus dem Weg. Ja, geh mal aus dem Weg. Und? Ich bin gleich oben. Nein! Was ist los? Ja, danke. Hast du, hast du? Sind die? Mann. Ja, komm her. Boah. Ich nehme währenddessen mal einen. Ja. Wo ist der? Ist der du? Hab ihn fast, aber bin halt... Ich bin fast down schon wieder. Ja, ich bin down. Keine Money mehr. Oh, der gibt mir immer Direktreffer mit dem scheiß Granatwerfer. Ja, jetzt übernimmst schon den zweiten Punkt, Leute, macht mal hin. Ja, ich nehme hier grad den ein. Ja, aber mir geht das Scheiß-Spiel nicht weiter. Ganz toll. Muss auch einnehmen. What the f... Wollt's? Backgrade, ach so. Aha. Boah, Leute. Hab ich den jetzt eingenommen? Warum hab ich den nicht eingenommen? Ich kann den nicht einnehmen. Ja, weil die alle unsere Punkte übernommen haben. Außer den letzten, den dürfen die jetzt nicht einnehmen. Machen die doch eh. Nein, der ist bei uns am Spawn, den holen wir uns. Boah, gab's falsch an. Alter, kommt jemand an. Alter, woher hast du die... den Soda-Popper äh... Okay, wir gehen jetzt sichern. Ja, klappt doch eh nicht. Doch, jetzt klappt das. Wieso willst du den Soda-Popper? Ich find den nicht besonders gut. Hat's mir gegeben? Keine Ahnung, ich hab ihn ja auch... Wie, das sind die denn? Ach, drei gegen drei. Dann, das geht doch. Das sind wieder lächer. Lol. Immerhin kriegt man immer irgendwas Positives. Sie sind gestorben. Andererseits haben sie in dieser Runde ihren Eroberungsrekord als Scout gehalten. Eins. Wow. Wir sind alle tot. Wir brauchen jetzt ein bisschen zum Spawn. Also los, vor hier. Ja, dann lass uns mal schnell Mitte übernehmen wieder. Ja. Mhm. Ich deck mal hier ein bisschen das ab, ja? Ich hab mir nochmal den Heavy geholt, der wollte... Oh Mist. Das wird knapp jetzt. Ach, ich das fuck? Nein! Verdammt! Lebst du nicht mehr? Nein. Komm dir hoch. Ja, geht hoch. Hab einen getötet. Ich bleib hier unten und sicher. Du sollst übernehmen. Ich sicher unten die Tür. Also den Eingang. Ich bin wieder da. Alter, ich bin fast down. Lol. Wo ist der? Äh, der kommt jetzt durch die Mitte rein. Okay. Ist tot. Falls es der war. Übernimmst du noch? Kommt einer nach oben? Ja, ich bin oben am Einnehmen. Gut, äh, Hype ist sowas wie Überladung nur für mich selber, ne? Was ist? Lol. Ach, das waren Gegner. Lol. Natürlich. 2. Lol, ich bin schon wieder down mit einem Schuss, oder was? Voll der Aimbot. Alter, ist der auf uns? Ja, ich weiß, die Bots haben einen richtigen Aimbot. So, wir haben's gleich. Okay, Vorsicht hinter euch. Nein! Ah, wir haben gewonnen. Bringt den jetzt gar nichts mehr. Alter, hab schon lebt. Okay, komm, wir gehen zum nächsten. Vorsicht, die kommen bei C hoch. What the? Lol. Alter, was ist denn jetzt schon wieder, man? Alarm, Angriff auf den Kontrollpunkt. Boah, wer ruft mich denn da wieder bei Sky? Hey, Mann, das ist leck, Mann. Ey, du solltest mal auf Dingens... Ach so, dafür können die zwei nicht mit dir einnehmen, oder so. Ach so, du kannst immer nur den nächsten Feindlichen einnehmen. Ach so, da kommt einer hoch, da kommt einer hoch beim Gebäude. Ja, kann ich jetzt nicht ändern, oder? Alter, Eroberung, das kann halt auch kommen. Kommt schon, äh, wer ist hier bei mir? Ich nehm über die... Lol, lol. Was? Der Haftbombenspringer, alter. Leute, helft ihr mir mal. Ja, ich kann jetzt was wieder mitspielen. Ich kann jetzt... Ich komme jetzt erst wieder, weil ich jetzt wieder gespawnt bin. Ach, die drei haben wir sicher. Ja. Oh, den letzten haben wir auch. Zwei Stück sind nämlich auf dem Turm. Einer ist da. Und die rennen doch eh wieder hier hin und critten mich sofort. Gewonnen. Den Sack zugemacht hab ich bekommen. Hab das so bekommen? Den Sack zugemacht. Hä, was ist das? Keine Ahnung. Hä, hier sind auch so kumische Stacheln. Das ist der Spy, glaub ich. Leute, hier sind auch so kumische Stacheln, die sich hier bewegen. What the fuck. Egal. So, cool. Sie hatten in dieser Runde mehr als... In dieser Runde als Scout mehr Eroberungen als bisher. Ach, ihr seid beide Scouts. Na, sicherlich. Ja, weil man dann schneller ist, wir können direkt erstmal einnehmen. Toll, wo gehen wir direkt nach oben? Ja, kannst du machen. Oh, scheiße, guck mal die. Die sind zu viert wieder. Wie geht das? Hä, das sind wir. Ach ja, hä, wie machen wir das? Keine Ahnung. Irgendein Bug oder irgendein... Ey, toll, wo hast du die normale Pistole bei? Ja. Ja, dann schieß mal und nachladen gleichzeitig drücken. Ja, und? Ja, wie das dann aussieht, ne? Ja, du schießt und lässt, 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 lässt. LOL. First Blood. Vorsicht, du deckst hier die Deckmache. Hinter dir! Wo hab ich mich geschrocken, Alter? Ja, ich hab keine Chance. Du musst auch mal nach hinten gucken, bitte. Jetzt sind wir alle drei Scouts. Ja, das war jetzt nicht so schlau, dass du nur nach vorne guckst. Boah, werde ich jetzt aufgenommen? Ey, ich hab so auf einmal richtig schlagartig noch... ... umgeguckt, keine Ahnung. Ich nehm die Pistole und bleib unten. Hast du denn? Jo, ihr übernehmt, ja? Dann geh ich schonmal zum nächsten. Achso, du bist es gut. Hä? Umkehr, der feindliche Oberung. Ja, weil die ja kurz eingenommen haben. Jetzt muss ich hier wieder. So, du guckst in die Richtung, genau. Ich in die andere. Irgendeine, ihr könnt doch noch von hinten kommen, ne? Ja, eben. Ich guck nämlich grad nach. Alles cool. Warum steht doch oft mal... Töten tue ich, aber töten tue ich keine und ich bin fast down. Äh, hinten! Kommt schon, übernehmt das jetzt noch, Leute. Ihr kriegt das doch. LOL! Was wurde ich getroffen? Leute, wieso übernehmt ihr das denn nicht mehr? Mann! Wo locals bin, wie skeleton, ja. Ich kann das denn leben. jedenfalls Entregtergrund. Was ist ein soloph blお願いします. Leiter text, Wir wollen doch auch mal. Derlusult rudely. Keiner ist bei dieser Technik, wir haben heute im它 letztendары. Ja, wir wollen euch einmal hier. Jetzt mit, wir wollenlassen. Vielen Dank.